Rund um die Hauptinseln Koroa, Pililu und Babel Tuab erstreckt sich eine Lagunenlandschaft mit zahlreichen Korallenriffen. Dort leben über 1500 Fisch und rund 700 Korallen- und Anemonenarten. Die Unterwasserweltpalaus ist nicht nur für die reich bewachsenen Korallenriffe bekannt, sondern auch für spektakuläre Begegnungen mit Mantarochen. Angezogen werden die Mantas von einer Putzerstation, die diese eleganten Tiere mit majestätischen Flossenschlägen umkreisen. Sie warten auf kleine Putzerfische, die sie von lästigen Parasiten befreien sollen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017